Vor rund zehn Jahren wollte der Ölkonzern Shell seine Bohrplattform Brand Spa in der Nordsee versenken. Heftige Proteste und eine breite Medienkampagne vor allem von Greenpeace verhinderten das schließlich. Der Ruf des Konzerns war am Ende trotzdem ramponiert, denn sehr lang ignorierte das Unternehmen einfach den Protest der Öffentlichkeit. Das ist in etwa das Gegenteil von Corporate Social Responsibility oder gesellschaftlicher Verantwortung von Konzernen. Vor allem große Unternehmen engagieren sich mehr und mehr in Umwelt- oder Sozialprojekten. Sich gesellschaftlich zu engagieren gibt es aber in der Wirtschaft schon länger. Die Tradition reicht weit in die Geschichte zurück, erklärt Robert Fischer von der Universität Frankfurt. Das ist vor allem eine Zeit, wo Unternehmen noch sehr personenbezogen waren, wo es die großen Unternehmer Persönlichkeiten gaben, die oft dann aus ganz individuellen Beweggründen heraus sich engagiert haben, sich vielleicht noch viel mehr als Mäzene verstanden haben, die ihre Verantwortung viel persönlicher dann wahrgenommen haben. Später entschieden sich Unternehmensleitungen dann vermehrt auch aus wirtschaftlichem Kalkül heraus dazu, etwas für die Gesellschaft zu tun. Zum Beispiel... Wenn etwa ein großes Unternehmen Werkswohnungen baut, im Interesse, dass die Arbeiter in der Nähe des Unternehmens wohnen können. In den vergangenen Jahrzehnten förderten Wirtschaftsunternehmen gesellschaftliche Belange vor allem in Bereichen wie Sport, Sponsoring oder Stiftungen. Heute wollen viele Unternehmen als Corporate Citizen, also als eine Art guter Bürger in der Öffentlichkeit auftreten. Dabei hat sich die Strategie des Auftretens gewandelt. Früher galt vielleicht eher der Grundsatz, Reden ist Silber und Schweigen ist Gold, also der Mäzene hält sich vornehm zurück. Und heute ist doch eher die Überzeugung gewachsen, tue Gutes und rede darüber. Oder vielleicht noch besser und lasse andere darüber reden. Doch immerhin kommen so Projekte und Gelder zusammen, die vielenorts dringend gebraucht werden. In der Wirtschaftssprache spricht man hier von einer klassischen Win-Win-Situation. Das Unternehmen gewinnt an positiver öffentlicher Aufmerksamkeit und die Projekte, die so gefördert werden, bekommen Geld oder die nötige Hilfe. Denn heute sind es nicht bloß Gelder, die die Unternehmen geben. Sie fördern auch das freiwillige ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeiter während der Arbeitszeit. Das nennt sich dann Corporate Volunteering. Das heißt Mitarbeiter können während ihrer Arbeitszeit sich für soziale Belange, sportliche Belange, also für die Gesellschaft als solches engagieren. Sagt Norbert Krüger. Er ist Beauftragter für Corporate Social Responsibility bei Ford in Köln. Dort können die Mitarbeiter sich pro Jahr 16 Stunden bezahlt ehrenamtlich engagieren. Ein typisches Beispiel ist das sogenannte Feriensportprogramm. Hier richten ca. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Woche ein Sportprogramm für sozial benachteiligte Kinder aus. Es geht also darum, diesen Kindern auch ein Erlebnis zu verschaffen, mit dem sie hinterher, wenn die Schule wieder anfängt, auch glänzen können. Gerade in Zeiten knapper Staatskassen ist gesellschaftliches Engagement von Unternehmen sehr willkommen. Auch wenn es letztlich durch wirtschaftliches Kalkül motiviert.